Bitte lassen Sie mir die Freude, dass ich Ihnen die Namen so zugehört bringe, wie ich es mir vorstelle, dass es richtig ist. Vielleicht bin ich ja grandios daneben, aber das sind so schöne Namen. Die heißen nicht einfach Josef Speckbruch. Die heißen Marta Liliana Bonilla Zabala. Das ist einfach schön, oder? Moment bitte, da ist noch ein zweiter. Juan David Hernández. Und Sie werden es jetzt zu Gehör bringen. Einmal Velo Que Bonito. Das ist eine kolumbianische Volksweise, möchte man sagen. Und dann noch ein zweites Lied, das da heißt, da muss ich kurz umblättern, und zwar einen Pajarido. Pajarillo. Pajarillo. Das ist in Tiroler ganz schwierig. Pajarillo. Pajarillo. Oder? So ungefähr. Und um Ihnen nur zu zeigen, wie banal das auf Deutsch klingt, aber wie wunderschön der Text auf Spanisch dann klingt. Sie werden es dann hören. Da steht dann, seht nur, wie schön man ihn herabträgt. Mit Blumensträußen verehrt man ihn. Ro-ri-ro-ra. Und auf Spanisch. Velo Que Bonito. Lo vienen, bajando, con ramos y flores. Y lo van adorando. Ro-ri-ro-ra. Es klingt einfach wunderschön. Und jetzt. Violin und Heife. Quasi einen direkten Pauz. Entschuldigt, dass Sie heute hier sind. Begrüßen Sie mit mir, bitteschön, Marta Liliana Boniga Zabala und Juan David Hernandez. Applaus ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020